Im Fahrt Richtung Norden in der Abfahrt Wilstedt, da steht auf dem Abfahrtstreifen kurz vor der Kurve ein Pkw. Da müsste man einen Flugstreifenwagen zur Sicherheit hierher kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liegen geblieben auf der Autobahn A1 und zwar in Höhe Wilstedt in Fahrt Richtung Lübeck. Ein VW Passat, der ist im Abfahrtsbereich, also in der Mitte des Abfahrtsstreifens stehen geblieben. Besonders gefährlich, weil wenn einer hinter dem LKW fährt und dann plötzlich rauszieht, dann sieht er das Fahrzeug dort nicht stehen und kracht dort rein. Solche Unfälle gibt es immer wieder, auch solche Liegenbleiber. Das ist besonders wichtig, das nach hinten hintern abzusichern. Das hat ACM jetzt getan. Die Polizei ist jetzt vor Ort. Die sichert das Fahrzeug ab und anschließend kommt dann der ADAC-Abschleppwagen. Allerdings hakt das Ganze ein bisschen. Man hätte doch den Wagen 50 Meter weiterschieben können, nämlich in den Grünstreifen. Damit wäre die Gefährdung dann weg. Aber die Polizei entscheidet. 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 Genau, im Offbeat müsst ihr herunterfahren, ja, und drehen, genau. Ne, der steht auf dem Abfahrtstreifen, genau da, wo die Abfahrt ist. Ja, der steht auf dem Abfahrtstreifen, genau da, wo die Abfahrt ist, genau da, wo die Abfahrt ist. Ja, der steht auf dem Abfahrt, genau da, wo die Abfahrt ist. Ja, der steht auf dem Abfahrt, genau da, wo die Abfahrt ist, genau da, wo die Abfahrt ist. Ja, der steht auf dem Abfahrt, genau da, wo die Abfahrt ist, genau da, wo die Abfahrt ist. Ja, der steht auf dem Abfahrt, genau da, wo die Abfahrt ist, genau da, wo die Abfahrt ist. Ja, der steht auf dem Abfahrt.